hey leute was geht herzlich willkommen hier bei infiltration die annäherung leute ist rogue one scariff ist am start und bei mir in der party ist natürlich ramon das geht so ist das was ist das jetzt liegen wir jetzt hier rum ich will zum ersten mal leute also ich kann meine kurze erklärung abbringen also der flügel flügler muss probieren durch dieses schild dahinten zu fliegen und wenn er es geschafft hat dann werden wir auf dem boden gesetzt und können dann gegen die ging das imperium kämpfen und müssen so pläne holen und so so sachen erfüllen halt also jetzt erst mal die ganze zeit rum fliegen ja aber lassen ich will aber nicht fliegen man weiß so schlecht wenn so infiltration ich weiß nicht hier spielen wir ja gegen die season pass besitzer die ganzen schwitzer scheiße man was auch was auch ich habe ihn fliegen sie oder flügler ist sehr weit schon vorne ist das gut oder schlecht jeder muss halt zu diesem schild direkt der distanz da so meinten ja das kann auch sein dass du der flügler wirst ja ich weiß es nicht ich weiß es bestimmt origin irgendwas wurde ich kann überhaupt nicht fliegen meine einstellungen und ich kann überhaupt nicht fliegen meine einstellungen sind gut ich kann trotzdem nicht fliegen soll ich bin hier irgendwo hingeflogen ich habe kein klar was hier ab geht ich weiß gar nichts hier ist ein gegner weg ist er ich fliege hier gleich irgendwo gegen mann und die leute müssen sich so ein krüppelgames anschauen ich dachte infiltration ist wenigstens schilder aber dass wir jetzt erstmal hier rumfliegen müssen ja das wird eine schwere hunde ich habe geld oder was ich hab schon drei kids glaub ich ne ein kill du hast drei kids ich hab zwei du bist nicht mein partner deswegen habe ich gemacht warte mal ich schickte meine partneranfrage mit einem flug das kann das können piloten ich schrieb jetzt mal einfach durch schild mal gucken was dann passiert ich glaube du wirst dann außerhalb der map oder ja auch man wo sind die ich finde ja klar hinter mir es ist einfach so schwer mit dieser sicht zu fliegen unfassbar oh mein gott ich bin tot ich bin tot okay neuer versuch 1 zu 2 läuft gar nicht ja leute so ist das fliegen mit der größten loop der welt okay wir haben es geschafft er hat es geschafft ja nice so 22 22 perfekt jetzt kann das kill und der letzte bleibt hängen ich war das nicht du hast das hallo so los geht los geht los warte mal ich muss meine waffe auswählen e 11 geht doch klar oder auf dieser ich weiß ich leute ich spiel die map zum allerersten mal ram und hat map glaube ich schon 72 mal gespielt auf jeden fall die map richtig die map richtig geil los du musst wir müssen jetzt zu diesen teilen und deaktivieren ok wow es ist es ist so ram und ist kurz afg leute so kann das passieren kurz telefon direkt geholt worden ja ich habe ein assist bekommen ich habe meinen ganzen links da auf ihn geschossen aber nur assist hey der erste kill zweiter kill und tot ja was gehst du denn ab man kann ja aber nicht durch die büsche ne das kommt mir vor wie so ein doch ab und zu kann man durch nicht immer nicht immer aber hier ist niemand hier das ist eine übungssache mann wir haben den imperialen direktor der abteilung wachentrausch außen kranix zu eurer position zurückverfolgen scheucht ihn aus ja ich habe einen kill wo sind die gegen die wo ist einer wo ist einer hey mann merck mal stufe 2 merck mal stufe 2 ich will auch wir sind gleich schon beim nächsten bei der nächsten runde die haben es schon verkackt die sind so schlecht die linke seite ja oh mein gott okay wir haben es geschafft ich habe die beste position der welt gefunden aber die haben druiden geschützt drei mann kam und führt wird eine spannende runde jetzt noch 7 zu 4 ha der eine hat 19 zu 2 ging in der luft bestimmt ab ja der hatte schon in der luft 19 2 der hat gar keinen kill gemacht ich habe darauf geachtet haha sorry du oh mein gott zwei stück sind durch meine umgebungsbombe gestorben die ich vorhin da am anfang hingelegt habe bei der weil wir sind ja vorhin da gespawnt ach ist das jetzt umgekehrt oder was ja wir müssen diese pläne dahin bringen schon wieder assist wieso jetzt mal ein kill ach der ist im geschütz deswegen kriege ich keinen hitmarker wir müssen die mit diesen plänen beschützen oh mein gott das geht ja richtig auf weiter distanz hier nein ich bin oh ich bin tot oh scheiße ey ich war bei den gegnern schön ah der eine ist grad gespawnt also noch spawn protection siehst du das was ich jetzt habe ich habe diese pläne ne seht boah was vor mir ist ein teammate und die gegner gehen trotzdem auf mich die sind ja richtig mad die sind ja richtig mad die sind ja richtig mad die sind ja am exfiltrationspunkt vorwärts Darth Vader verloren Darth Vader verloren was Darth Vader verloren was oh der hat mich gesehen oh mein gott ich dachte der hat mich nicht gesehen ey ich wollte den so schön outplayen ich kann bei dir nicht spawnen ich kann nie bei dir spawnen ist immer im gefecht stell jetzt 8 zu 5 ich habe gar keine chance gar keine chance gar keine chance ich weiß nicht wo wo lang es geht ich sehe nur Busch 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 und die müssen zum evakuierungspunkt kommt schon jawohl ich habe den einen ich bin schon wieder assist ich bin der assist König also wenn ich nicht gewinne ich werde aber Sieger der Herzen mit assist aber jetzt gehts grad oh mein gott hier sind so viele oh mein gott let's go Scarif Rogue One Scarif holy shit oh mein gott geht das hier ab holy moly und ich am ende habe ich noch ein erstes bekommen ich habe aufgeholt ich habe richtig aufgeholt oh mein gott das geht grad so ab ey nein du schnarkkampf ist das dein ernst oh mein gott alter so kurz im Busch campen schon wieder assist von hinten von hinten von hinten nicht ich sehe den nicht wo denn oh mein gott ich habe ihn so getötet er hat mich einfach nicht bekommen oh mein gott oh ich bin auf Stufe 3 es geht so ab holy shit unentschieden Rang 98 hier reicht unentschieden 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 oh mein gott holy shit ich würde sagen wir machen dann eine zweite Runde ne yes dann die zweite Runde als entscheidungsrunde dann heftig so leid das war das erste Video ich hoffe euch hat ist gefallen wir würden uns natürlich über eine Bewertung freuen und wer neu auf dem Channel ist Leute wäre cool wenn ihr ein Abo da lassen würdet für mehr Star Wars Content der Star Wars Streamer hier für euch am Start hat ja Ramon das war's ne jo hat Spaß auf jeden Fall gemacht ja Leute wir sehen uns im nächsten Video macht's gut haut da rein wir sehen uns im nächsten Video wir sehen uns im nächsten Video im nächsten Video